So, und Machen wir so Ich hab ein Foto gemacht, ich troll Damn, das sieht doch sick aus Leck mich am Arsch Ich liebe den Fotomodus Ich liebe diese Banuk-Welt Was ist denn hier? Boah, ist das geil Ein Schweinwild Na gut, aber jetzt ist es ja nicht schwer Einfach dem Windspiel zu folgen, ne? Was haben wir denn hier? Ausrüstung Nee, nicht ganz Wollte die Ausrüstung haben Der ist hier gestorben Hä? Oh, die andere Kiste Ich wollte doch an die andere Kiste So, folgen wir dem Windspiel Ich hab mir auf die Zunge gebissen Perfekt So, hier drüber Da ist gar nichts Da ist ein Spiel des Windes Na klar Der Fokus sieht alles Boah, mit Kerzen Alle drum und dran, ey Noch eine Markierung Gut Weiß wo Oder meinen sie die Kerzen Achso, die mennt das Ding hier Steht Aktivieren Was haben wir hier? Oh, nix Schade Und da? Da ist der richtige Weg Da ist wohl Da ist ein Windspiel Was kommt dann hier? Moment Zurück? Ähm Klar Lasst uns auf das Feuer klettern Ein Windspiel Diese Gabelung erscheint mir neu Nee, da war ich schon drin Ich bin nur extra weitergelaufen Nicht hier lang Aber dann Ich stehe Hoch Hup Das haben die alle gemacht Wenn die Schamanen Jetzt da gleich 50 ist Oder so, ne Mindestens Dann will ich aber sehen Wie die das macht Ah, ist bestimmt wieder so eine Oma Ja Ich muss aufpassen Was? Klar Hör mal Geh Ruhe Au Hier fällt dir das Ja Ich bin gerade mal aufgestanden Du Dreck Sag Jetzt ich Sag Kriegst du einen um die Ohren Gedollert Okay Er packt da rum Weg mit dir Du Mistvieh Pirscher in so einer kleinen Höhle Sind aber auch scheiße Muss man auch mal ganz ehrlich sagen Was gibt es hier? Aha Der lila Lut Verstärktes Outfit Gewebe Oh, kommt in der Höhle aber auch gefährlich Krieg ich den Forest Vibes Nein, das ist weg Scheiße Das Licht ist weg Ich wollte gerade ein gutes Foto damit machen Schmutz So, jetzt habe ich Die Orientierung Tobia und das verloren Ich glaube hier hoch Und dann hier weiter Drei Pfeile Zagt Was war das? Aua, mein Kopf Hier geblieben Ja, ich habe unter ihn geschossen Egal Aua Haha Gotcha, Bitch Aua 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 Meine Pfeile sind leer Wo ist der Unsichtbare? Direkt gesagt Hat sich davon geschlichen Ah, da ist er doch What the fuck Er weiß selber nicht, was er tut So Ich hasse diese Autos hier auf der Straße So Ganze LKW Scheiß hier immer Sind immer so maßlos laut Aber erst diese Beute Was ich mittlerweile auch nicht abkann Sind so Krankenwagen-Sirenen oder Polizeiauto-Sirenen Auch so maßlos laut Gottlos Ist ja sinnvoll Ist ja Ich will mich nicht beschweren Dass es das gibt oder so Aber es ist Sehr unangenehm in meinen Ohren So Hier hoch Dann müssen wir es auch langsam mal geschafft haben Hier Das war die Höhle Was kommt jetzt auf den Pfad Boah Hä, ist das ein Sieht aus wie ein Zug früher gewesen Stimmt, sowas haben wir noch gar nicht gesehen, ne Alte Züge oder so Oder so eine Flugzeugbasis oder irgendwas Oder Schiffe Das war Unabsichtlich richtig Also ich hab das Prinzip Das Prinzip verstanden von dem Ding, aber Dass das Timing auf einmal so gut war Das war Ich hab mich da rüber Guten Runter Dann hoch Ähm Folge dem blauen Licht Was tut es? Es leu Blau Glanz Pigment Hellers Oxy Bitte 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 Mano Hier gibt es anscheinend auch wieder ganz viel Sammelsachen Ich muss am Seil ziehen, um das Ding in Position zu bringen Okay, die Brücke füllt sich Also okay, ich dachte, ich dachte, die fällt wieder um Okay, okay Gucken, dass wir nichts vergessen haben Hoffentlich Lass mich raten, das müssen die auch alle machen Vor allem, wer baut den ganzen Kurs neu auf? Oh, what the fuck? Alter, springt sie dabei runter Huh Ah, das mach ich mit 60 auch noch Cup, das mach ich nicht mal mit 25 jetzt Geh ja jetzt schon auf der letzten trockenen Äh, auf dem, wie nennt man das, am letzten Staub Weiß ich nicht Urgrind hat nicht übertrieben Hier ist irgendetwas Neues Und es ist wohl kaum freundlich Wo ist es? Zeige dich Weiter nach oben Hier ist sonst go nix Hier kommt die Sonne Na, immerhin Lagerfeuer entdeckt Muss ich dann nicht alles nochmal machen Oh nein Ich höre Monster Ah, wieder so ein Ding Genau im Rechte des Maschinen Genau im Rechte des Maschinen Scheiße, was bist du denn? Scheiße, was bist du denn? Das muss ich nicht so ein Turm machen Dämonische Frostklaue Entlege die Frostklaue, zerstöre den überbrückten Turm Oh, ich denke Das wird schon mal markiert Oh, so Boah Guten Tag, der Herr Ich will hier nur mal kurz überbrücken So Zack 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 Eingefroren Er hat eine Härte für eine Schwäche Feuer Hey, jetzt habe ich einen Kontrollturm da Ja, Feuer Alter, da steht einfach auf Da ist ein Zweibeiner Brenn du Dreck Zack Ja, ich habe ja jetzt das hier Feuer Aua Ja, okay Lass mich da erstmal aufstehen Feuer, habe ich gesagt Brenn nieder Oh, muss nachladen Brenn du Dreck Zack Ja Ja, okay Mehr habe ich nicht Ins Gesicht Ins Gesicht In die Augen 400 Damage Er damit Stirb Neue Maschine Erledigt Und jetzt suche ich Urea Und dafür Muss ich flettern Okay, kann da nicht hoch Ich wollte eigentlich nochmal da oben Wollte nochmal da oben gucken Ob irgendwas da ist, aber Hier hat es Pech gehabt Das Game Ja, das Game hat Pech gehabt Nicht ich, das Game So Und hier Und da Mein Gott Ich wollte doch nur mit ihr reden Und Weh, ihr habt das nicht gesehen Dass ich das Monster zerstört habe Ihr steht in meiner Schuld Weil das hat euch den Weg nach unten versperrt Wenn ihr das nicht wusstet Und ich will eine Menge blau glanz Wenn Eloy gleich nur ein Stück aufheben Oh Da wächst es Das soll so einen ganzen Haufen Ich soll am besten den ganzen Berg abbauen Die Gelte Das muss der Schrein sein Von dem Neidrucksprachen Ich hole mir etwas blau glanz Es glitzert Kein Wunder, dass es wertvoll ist Ein Nimm das ganze Ding Mann Zieht doch keiner Oha Alte Satellitenanlage Kein Platz Wir haben noch nie irgendwas gefunden Von irgendwelchen Astronomen Oder so Wer auch sich So alte Labore oder so Also richtige Labore Also witz Ah ok Wir haben ja Labore gefunden Aber wie soll man das nennen So Ja so ein Krankenhaus Oder sowas Also haben wir auch nicht richtig Auch nur ein paar Hochhäuser Also es gab keine Großstädte In der Zukunft Was doch ein bisschen weird ist Oder die waren schon so dezimiert Das kann natürlich auch sein Speaking of Labor Firebreak Upgrade 10. März 2046 Ich versuche jetzt schon seit 16 Stunden Upgrades zu installieren Um die Leistung des Zentralprozessors zu steigern Projekt Firebreak wird die Denkkraft brauchen Hoffentlich habe ich selbst auch genug Anita war die ganze Zeit über bei mir Wir haben viel geschafft Aber jede Berührung oder der Duft ihres Haares Oh Mann Ich sollte ins Bett gehen Der war entweder Horny Aff Oder richtig verliebt Hört sich aber mehr an Nach Horny Aff an Orea Wo bist du? Wo bist du? Oh ja Oh ho Rea Oh Oh Was ist das? Vorratslager Chaos Hier ist Sicherheitschef Blevins Mit einer erneuten Notversorgungsordnung Lest sie diesmal gefälligst, okay? Ihr wollt sicher nicht, dass ich meine Leute anrufe In SLC Im FLC Nochmal 25 Datenpunkte gibt es hier Ich will ja nichts sagen, aber ihr habt doch alle Das Mote Ähm Sicherheitschef Blevins schikaniert uns wie ein verdammter Tyrann Ich kann nicht einmal mehr niesen, ohne dass er mich kontrolliert Die Knoten auf dem Boden müssen mit dem Tor verbunden sein Ja, lesen tue ich jetzt nicht, tut mir leid Quellknoten Gute Frage Sie drehen sich und ändern den Lichtfluss Okay Das hat einfach funktioniert Ich war noch am ausprobieren, wo es überhaupt hin muss, das Licht Aber Anscheinend hat es nicht funktioniert Ich wusste noch gar nicht, wo es hin soll, das Licht Ob zu dem Roten oder zur Mitte, aber Naja Wir werden das beim nächsten Rätsel dann wahrscheinlich herausfinden, ob es zur Mitte oder zum Roten muss Was haben wir hier? Ah, hier kam ich her, ne? Ja, 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 genau Irgendwelche geheime Ausrüstungen Neuer Bogen oder so Sieht nicht so aus Thanksgiving Noch eine E-Mail von meiner Schwester Ich hatte kaum Zeit zum Denken oder Antworten Das Foto der Mädchen hat mein schlechtes Gewissen nur noch verstärkt Jenny sieht so stolz aus in ihrem Pilgerkostüm Verdammt Ich habe Thanksgiving noch nie verpasst Die Chancen für Weihnachten? Gleich null Ich kann Ihnen nicht mal sagen, dass ich all das nur zu Ihrer Sicherheit tue So, dann öffnen wir mal diese Tür Gleich Hat da sowieso einen Text Hier ist wieder eine Dusche Da war mal ein Tisch Okay, da ist nichts Ich dachte, da wäre was Aber das war so hell Öppah Wo muss ich hoch? Hier? Ah, hier links Hier So, und dann hier Und dann da Zack, und nochmal Gucken, dass es keine Zwischenebene gibt Weil Wenn hinter mir eine Zwischenebene gewesen wäre Die ich nicht sehe, hätte man da gut Sachen feststellen können Ja, klar Klar Er baut in halbe Leitern Frische Luft war aus Also die Leiter sah auch nie abgebrochen aus oder kaputt Das sah so aus, als hätte einer einfach eine halbe Leiter gebaut Oder zwischendurch Einfach mittendrin aufgehört Und sich gedacht Ach komm, ich habe kein Wort mehr Weil ist der Scheiß drauf Ach, wieder raus Vielleicht komme ich durch die Struktur da drüben wieder rein Ich muss wohl zu diesen Treppen Könnte aber einfach Mich da hinporen, prinzipiell, ne? Aber das mache ich mal nicht Das wäre Das wäre Cheat Pass mal auf, das ist auch ganz cool hier, ne? So Ihr könnt wahrscheinlich schon nicht mehr sehen Den Foto-Modus Aber ich kann hier nicht aufgenossen Weil Es gibt ja hier das Oh, ist es Warte Das dachte ich Aber die ist ein Bisschen Zu nah dran Moment, Moment, Moment Jetzt ist sie zu weit weg Willst du mich verarschen? Jetzt aber Ich habe ja beinahe auf Neues Spiel Plus Speicherung gedrückt Kamera drehen Jetzt müsste doch passen, oder? Ja, so geht doch So Äh, wie schwenke ich denn nochmal? So Sichtfeld Machen wir ruhig so Ein bisschen weiter weg Ich mag das Kann ich hier die Tageszeit auswählen? Nein Soll nicht so überbelichtet sein Kräftig So ein leichtes, warmes Leuchten Machen wir auch rein Und die Tiefenschärfe Machen wir so Hey, lass ich lieber so Machen wir so Zack So Machen wir da oben nicht weg Und noch für Steam Ha Zack Hab ich nicht gerade eben noch was von Helikopterlandepad gesagt und so Gut, da haben wir es Nicht mehr viel höher Urea muss nahe sein Oh, wie denn Das muss irgendwo hier drin sein Boah Wäre das alles nicht so zugefroren und zugeschneit Dann hätten die ja natürlich übelst geile Wohnungen hier Oder Tuch Tuchfluchtorte Jemand hat die Menütafel gehackt Damit sie Obszönitäten über unseren Kollegen Mr. Blevins anzeigt Ist das hier das fortschrittlichste Geologieprojekt aller Zeiten Oder doch eher ein Kindergarten Komm schon, Leute Ha, ha, ha Boah Das blaue Glanz Oder was auch immer das hier ist Was die Leute Sieht so geil aus Ich frage wieder Wie ich jetzt schon tausendmal gefragt habe Sprich mit mir Was soll ich denn noch für dich tun Gibt es kein Gebet, das zu dir dringt Kein Zeichen, das deine Fesseln löst Ich kann nicht helfen, wenn du schweigst Alles, was ich will, ist ein Flüstern Das mich leitet Wer? Wer? Das wäre es, würd ich jetzt ein Flический